Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Aus unserer eigenen RP-Kollektion zeige ich euch jetzt eine Herren Long Tide. Sie ist die perfekte Laufhose für die Übergangszeit oder auch an kälteren Tagen zu nutzen, dann am besten kombiniert mit unserer RP-Funktionsunterwäsche. Mit der Flachkordel im Bund ist die Hose perfekt einzustellen und passt sich so individuell dem Hüftumfang an. Die weiche und hautsympathische Faser ist atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend und schnell trocknend und rundet so den Tragekomfort ab. Großflächige Mesh-Einsätze an den Schweißzonen sorgen für ein optimales Klimamanagement. An den Knöcheln endet diese Long Tide mit einem arretierbaren Reißverschluss und erleichtert so das Ein- und Aussteigen. Verschiedene reflektorische Details, unter anderem auch das RP-Logo, sorgen für die Sicherheit beim Laufen im Dunkeln. Auf der Rückseite befindet sich eine kleine Reißverschlusstasche, in der zum Beispiel ein Autoschlüssel gut transportiert werden kann. Zu dieser RP-Long Tide gibt es übrigens noch ein passendes Thermo-Langarm-Shirt. Und beides könnt ihr in unseren Runners Point Filialen bekommen oder hier im Shop unter www.runnerspoint.com.